Wir mussten letztes Jahr auf Druck der italienischen Regierung hin unser Rettungsschiff, die Aquarius, zurückgeben. Wir waren gezwungen zu diesem Schritt und sind aktuell auf der Suche nach einem neuen Schiff, nach einer neuen Reederei, die uns ein Schiff zur Verfügung stellt, damit wir so schnell wie möglich wieder zurück ins Mittelmeer retten können. Wir versuchen an Land gerade mit allen Kräften den humanitären Zugang zum Mittelmeer wieder freizukämpfen. Das heißt, wir sind mit vielen Leuten in Gesprächen, mit politischen EntscheidungsträgerInnen, aber eben auch mit der Zivilgesellschaft, um wieder retten zu können. Es gibt kaum zivile Rettungsschiffe, die überhaupt noch rausfahren können und retten können. Die meisten sind festgesetzt oder werden eben am Rausfahren behindert. Die Europäische Union hat sich eigentlich komplett zurückgezogen aus dem Mittelmeer. Das heißt, es gibt eigentlich kaum noch Schiffe, die aktuell retten können. Es gibt die libysche Küstenwache, die vor allem seit letztem Jahr die Menschen, die sich auf die Flucht begeben, in internationalen Gewässern abfangen und nach Libyen zurückbringen. Das heißt, die Menschen haben aktuell noch genau zwei Möglichkeiten, entweder im Mittelmeer zu ertrinken oder nach Libyen in die Gefängnislager zurückgebracht zu werden. Die geretteten Menschen an Bord berichten uns, seit wir in den Einsatz gestartet sind, 2016 immer wieder davon, wie sie in den Haftzentren in Libyen, sei es die offiziellen sogenannten Detention Center oder eben auch in privaten Haftlagern nach schwersten Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sind. Und wir haben auch gesehen, dass in den letzten Jahren es eine Zunahme gab von diesen Menschenrechtsverletzungen in Libyen, aber eben auch, dass die Zustände, sei es hygienisch, sanitär, sich in den Haftzentren immer weiter verschlechtert haben. Von den europäischen Staaten fordern wir ein europäisches Seenotrettungsprogramm. Das fordern wir seit 2015 und das fordern wir auch immer noch. In der aktuellen Situation ist ganz klar, wir brauchen einen Notfallplan für Bootsgeflüchtete. Im Mittelmeer gerettete Menschen müssen an sicheren Ort gebracht werden. Das kann aktuell nicht Libyen sein. Und vor allem fordern wir, dass die aktuelle Uneinigkeit der Europäischen Union nicht auf dem Rücken von Schutzbedürftigen ausgetragen wird. Einmal, dass die aktuelle Eineinigkeit der Bindelung sind ist wirklich schwer. Und das ist ein kurve. Und das ist ein kurve. Und das ist eine kurve. Und das ist ein kurve. Und das ist so, wenn ihr bei uns し たden wir noch etwas weiter schlechter. Und das ist... Vielen Dank.